Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sotasiels Bote, diesmal etwas anders und zwar mit dem Thema Tanktalk. Wir hatten das schon mal in der Folge, da hat Leon sich zum Dummen gestellt. Heute haben wir aber tatsächlich einen sehr kompetenten neuen Tankspieler meiner Meinung nach dabei und zwar ist es der liebe John. Hallo John. Hallo. Vielleicht zur Erklärung, du wolltest ja, das ist ja sehr schön, also wer den John nicht kennt, man kennt ihn wahrscheinlich von Twitch, ist einer unserer Moderatoren, auch sehr aktiv im Chat, ein sehr, sehr netter Typ und der hatte die grandiose Idee, wir sollen mal ein kurzes Video darüber machen. Ich weiß nicht, ob kurz drin stand, aber wir sollten mal ein Video machen darüber, was denn so einen guten Tankspieler ausmacht und so allgemeine Tankfragen beantworten. Daraufhin habe ich ihn ins Boot gezogen. Gesagt, nee, 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 so leicht kommst du nicht davon, weil es ist eine relativ komplexe Sache. Das werden wir heute so ein bisschen besprechen. Vielleicht mal zu dir, John, wie lange spielst du schon ESO und vielleicht erklärst du mal, warum du gerade Tank spielst, weil das ist ja auch immer was sehr Spannendes. Ja, also ESO spiel ich seit einem Jahr und zwei Monaten mit einer Pause von, ich weiß gar nicht, eineinhalb Monaten oder was, wie lange ich weg war. Ja, und Tank spielen macht mir Spaß, weil du halt da Mechanik spielst, ne? Spielen musst. Gucken, wie du mit deinen Ressourcen klarkommst, eine wichtige Aufgabe hast, das ist ja auch Tank tot, Gruppe tot. Und als CD, ja, hat das einfach deine Rota runter, ne? Gehst mal ein bisschen aus Seite und dann war es das im Großen und Ganzen. Okay, also reizt dich vor allem dieses Mechanikspielen. Ja. Wir hatten es gerade im Vorgespräch und das finde ich eigentlich ganz lustig. So die erste Frage, womit man eigentlich immer so bei sowas anfängt, ist, was ist eigentlich ein Tank? Ich glaube, alle, die diesen Podcast hören, wissen das natürlich. Für die drei Leute, die es nicht wissen, würde ich das gerne mal versuchen zu definieren und ich würde dich gerne anfangen lassen, was für dich ein Tank ist. Ein Tank ist der, der Damage frisst im Großen und Ganzen. Okay, also quasi der mehr oder minder Supporter, der versucht, die Akku zu halten, ne? Genau. Alles Harthittende, wie man so schön sagt, also alles, was die DDS über die Wuppa schickt, auf sich zu ziehen. Genau. Wir hatten es ja im Vorgespräch, du hast ja auch noch nie diesen Tooltip, was da bei Verteidiger im Gruppentool steht, durchgelesen, ne? Ne, ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Also ich lese das mal kurz vor. Ist schön, aber prinzipiell passt es ganz gut. Verteidiger, ihr möchtet vor allem Feinde in Schach und von euren Verbündeten fernhalten. Und das finde ich toll, weil das ist ein Satz, der Tank beschreibt, aber nur eine teilweise Tank-Geschichte. Und ich, also viele, also ich hab das Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, dass viele Leute, die neu anfangen zu tanken, sich sehr darauf versteifen, diesen, ich muss Gegner halten und selber überleben, ja vielleicht selber nicht, aber viel aushalten können. Ich weiß nicht, wie das bei dir am Anfang war. Also hast du dann auch als Tank gelevelt? Oder hast du erst dann mit Endgame so richtig auf Tank umgeschwungen? Oder wieso, weshalb, warum? Also erst hatte ich eigentlich Stempler. Ich bin vorher erkundig da, was so leichte Klasse ist. Ja, ja, nö, ist ja okay. Ja, war halt der Stempler. Und danach, wo ich immer mehr Videos geguckt hab und auch Twitch- geguckt habe, da hab ich dann erst gesehen, so, DK ist ja eine relativ anfängerfreundliche Tank-Klasse, kann man ja sagen. Und dann hab ich mir halt einen gemacht, ne. Beguckt, wie so läuft, ob mir das Spaß macht. Macht mir ja Spaß. Ja. Finde ich erstmal cool tatsächlich, dass dir das Spaß macht, weil ich kenne A wenige, also es gibt Tankspieler, wir haben einen extra rausgezogen aus dem Sumpf der großen, aus dem Pot, dieser unendlich vielen Tankspieler. Hust, hust, nicht. Ähm. Ja. Jetzt hab ich vergessen, was ich fragen wollte. Sehr gut. Ähm. Und hast du dann als Tank gelevelt? Oder hast du den DK tatsächlich als DD gespielt und hochgelevelt? Machen wir das immer leicht und, äh, mach immer so diese Dailies. Diese Feliz-Dailies. Ah, okay. Und dann hat nur ... Ich weiß nicht, in 20 Tagen oder so ist der dann auch 50. Ah, okay. Du hast ihn also nicht dediziert jetzt hochgespielt im Sinne von, hm, ich möchte mit dem auch die Story machen, sondern hast ihn ja wirklich dediziert dazu hochgezogen, einfach nur ein bisschen Sky-Shards gesammelt, ein bisschen, äh, sag ich mal, diese Random-Novel gemacht täglich und dann ... Auch ein paar Dolmen zum Skilled-Level, ne? Ja, okay, okay. Aber sonst, äh ... Okay. Also wirklich einen ganz dedizierten Tank-Charakter? Ja. Ah, okay, cool. Mit Tank-Questen ist, äh, uah. Hab ich gemacht. Pain in the Ass. Alter Verweiler, ey. Ich mein, mittlerweile hast du ja gehilfen, aber das, äh, ist ja auch relativ neu. Ja, aber selbst die musst du ja auch erst mal auf deinem Charakter freischalten. Na, ich mein, das geht auch schnell, aber trotzdem. Also ich hab das damals auf dem Nekro gemacht. Ich hab den Nekro-Tank ... Hab ich den komplett hochgelevelt als Tank? Ich glaube schon. Und irgendwann dachte ich mir dann auch so, boah. Ich hab da wirklich nur noch ... Also nur noch diese Dungeons gemacht. Also wirklich, das war ... Am Ende ist das wirklich Pest. Aber das Coole wiederum ist auch, wenn du als Tank levelst, siehst du Mechaniken bei so ... Bei so Quest-Boss-Gegnern, die hast du vorher noch nie gesehen. Noch nie. Da packen die, da packen die auch wirklich Skillsets aus, wo ich mir denke, geil. Warum, warum, was, warum kann der das? Und so. Also, was man normalerweise einfach überdamaged. Ja, cool. Und wie, wie hast du dir dann ... Also ich bin, ich find das immer so, äh, äh, spannend tatsächlich, ähm, wie man sich so Wissen aneignet als, als neue ... Also, ah, noch eine andere Frage. Ist das dein erstes MMO? Im Großen, auch in dem Stil schon. Ich mein, früher noch Metin 2 gespielt, aber das war noch ... Das ist ja ... Boah, nee. Das ist ja länger her, als Leon alt ist fast. Ja, und halt auch komplett anders, ne. Und ... Ja, wobei, Metin 2, muss ich auch ehrlich gestehen, hab ich zwei Minuten gespielt. Nee, übertrieben. Aber einen Abend mit meinem Cousin damals zusammen, weil der unbedingt mit mir ein MMO spielen wollte, weil ich der coole, große Cousin war, der WoW gespielt hat. Und dann sagte er so, hey, komm, lass uns Metin 2 spielen. Und ich so, was ist Metin 2, okay? Du hast mir runtergeladen und wir haben es einen Abend lang gespielt. Und ich dachte mir, Alter ... Und ich kam von WoW und da, muss man schon sagen, war man zu der Zeit schon relativ verwöhnt, was so Komfortfeatures angeht, was so ... Das war, glaub ich, damals so BC-Zeit oder so rum. Vielleicht ein bisschen vorher noch, aber da war man schon verwöhnt. Und dann ... Metin 2 Endgame? Gibt's so was? Oder was ist das Endgame von Metin 2? Ich bin nicht hingekommen. Okay. Okay, auch nicht. Ich glaub, der größte Charakter war irgendwie Level 40 oder so. Ist ziemlich grindlastig und wird schnell eintönig und halt kostönlos, in Anführungsstrichen. Also Pay to Win. Ah, okay. Irgendwann, ja, ja. Also auch so, dass du dir Gear kaufen kannst und so was und kaufen musst du eigentlich? Ja, so mehr Buffs, ne? Da hast du dann irgendwie Bonis, die du auch so Russis oder Schmuck oder so was drauf machen kannst. Aber die musst du dann halt im Shop kaufen. Und wenn du die nicht hast, dann wird's halt ... Okay. Das ist dann echt eine uncool Sache. Ja. Okay. Also entweder hast du kein Leben, schräg schräg schläfst nur vier Stunden am Tag. Und viel Geld. Und grindest die ganze ... Ah, und. Und oder viel Geld. Okay. Okay, krass, krass, krass. Okay. Das heißt, du hast dir die ... Also du bist quasi zum Tanken erst in ESO gekommen. Also hast du jetzt nicht irgendwie schon mal in Star Wars getankt oder WoW oder so? Nee. Okay. Und hast du dann so Rollenspiele oder so was vorher gespielt? Wahrscheinlich irgendwie. Oder war das so ... Von Shootern bis ... Okay, okay. ... Party spielen und hast nicht gesehen. Ja, und war dir dieses Konzept, dieser Holy Trinity, wie es so schön heißt, also Tankheiler DD, war dir das bekannt oder ... Ja, das ist eigentlich schon ... Okay, so aus Funk und Fernsehen. Nö, man, ich weiß nicht, woher ich das weiß. Unbekanntes Wissen. Ja, irgendwie. Lass uns nicht darüber reden. Nein, ich weiß. Aber irgendwie immer irgendwie in Spielen ein Heiler und einer, der viel Damage macht und der andere, der ... Viel aushält. Ja. Ja, stimmt schon. Zieht sich durch viele Spiele, nicht nur durch die RPGs. Auch so MOBAs haben das ja auch relativ viel. Wobei da sich tatsächlich eher auf Support und dann irgendwelche Damage und halt Initiator oder so was ... Okay. Ja, cool. Also hast du das Tanken quasi in ESO gelernt, kann man sagen. Ja, eigentlich schon. Geil. Ja. Geil. So, ich meine, wir haben ... Eigentlich sollte das Format ja werden. Du fragst mich Sachen. Ja, gut. Du fragst mich Sachen. Aber ich dachte mir, ich stelle dir auch so ein paar Fragen am Anfang. Das ist ja geil. Ja, ne? Das ist geil. Weil ich finde tatsächlich, wenn man über das Tanken spricht, und kannst du ja auch gerne gleich das kommentieren oder nicht, ist es so, dass das sehr weit auseinander geht, was ein Tank ist und was nicht so ... Also, keine Ahnung, was ... Klassischer Natur zum Beispiel in ... Ich sag mal so von WoW, wo ich herkomme, muss ich sagen, oder was mein erstes MMO war, war Tanken sehr, sehr viel einfach nur Aggro halten in Anführungszeichen und viel aushalten. Na, und das ist ja tatsächlich ... Also, das war auch anstrengend im Sinne von, du musst eine feste Rota spielen, weil du nicht ... Du hast zwar einen permanenten Spot, aber der hat einen relativ langen Cooldown. Das heißt, du willst ihn eigentlich wirklich nur im Worst Case benutzen und hast Fähigkeiten, die halt viel Bedrohung aufbauen. Hast ja in ESO gar nicht. Also, das fällt ja komplett raus. Und, ähm, ich weiß nicht, ist das für einen neuen Tank-Spieler cool oder ist das eher nicht so cool, das System, wie's in ESO ist, mit dem ... Okay, ich spotte alle zwölf Sekunden und in der Zeit hab ich ... Man muss mir keine Gedanken machen, dass der mal wegrennt, außer er macht eine lustige Mechanik. Aber, also, weißt du, was ich meine? Ist das einfacher für dich? Oder denkst du, ist das einfacher, das System? Also, ich fand's super einfach, weil ... Du musst halt immer nur alle, ich weiß nicht, zwölf Sekunden oder was? Ja, fünf Sekunden geht der Sport, man sagt so alles. Ja, ja, genau. Eine Taste drücken und dann bleibt der halt bei dir, ne? Mhm. Und dann hast du da noch ein Add-on, den dir auch zeigt. Ja. Ob man vielleicht vorbei ist. Und alle Konsolenspieler schalten aus. Na, ich spot. Ja. Ja, im Optimalfall hast du ein Add-on. Ja. Ich find tatsächlich ... Also, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich, ne? Den grafischen Effekt im Spiel, dass der anzeigt, dass du Aggro hast von einem Gegner. Auf dem Gegner drauf. Ist dir das mal aufgefallen, irgendwann mal? So richtig, nein. Okay, sehr gut, weil er ist nämlich beschissen zu sehen. Das ist so, musst du mal drauf achten. Das siehst du auch nur bei Gegnern, die mit ihrem Kopf nicht über deinen Bildschirmrand hinausreichen. Also, bei eigentlich keinem Boss, so ungefähr. Das ist so ein rot-schwarzes Wabern über dem Kopf. Ist super beschissen zu sehen, wenn um dir rum die Welt explodiert, irgendwelche Meteore-Destro-Ultis platzen oder sonstiges. Also, klar sieht man ja nicht, aber so ein bisschen, ne? Oder irgendwelche anderen Effekte deinen Bildschirm erleuchten, ist da super zu sehen. Hab ich noch nie drauf geachtet. Ja, da siehst du, mit dem alten Opa, ernsthaft. Genau. Was hast du denn so am Anfang, ne? Auf was hast du dich denn so konzentriert, fähigkeitstechnisch, Schrägstrich, sag ich mal, so zum Ausprobieren oder Üben, was man so als Tank können müsste? Also, so Fähigkeiten, wenn man so möchte. Also, nicht klassenspezifische Fähigkeiten, sondern was du als Spieler mitbringen musst, dass du cooler Tank bist. Wenn ich übrigens eine komplizierte Frage stelle und keine Ahnung mehr, was du sagen sollst. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich bin halt nicht so wirklich, glaube ich, die Norm, weil ich... Oder einfach motherfucking geil bist. Ich meine, ich mir halt immer so YouTube-Videos und Streams angucke und mir da das Wissen rausziehe. Also, der Lexus zum Beispiel ist ja für Einsteiger schon eine Anlaufstelle. Ja, auf jeden Fall. War für mich auch. Und der spielt ja auch Tank. Und da hat er in seinen Videos eigentlich alles relativ schnell erklärt, was man so braucht. Und zum Beispiel mit der Blockade. Ne, wie ist sie nochmal? Schmetterer, Glyphe. Ja, doch, Blockade. Ja, ja, genau. Probst du meistens über die Backbar. Das weißt du schon. Und wie du deine Resis kriegst. Hm? Warum der und der Skill so gut ist und hast du nicht gesehen. Also, da habe ich eigentlich so das meiste rausgezogen. Am Anfang. Okay, das heißt, du hast dich halt viel mit externen Quellen, wenn man so möchte, also außerhalb von ESO eigentlich mit beschäftigt. Ja. Du hast jetzt dich im Spiel mal hingestellt an eine Puppe, die es leider nicht gibt für Tanks, was wirklich schade ist, muss man wirklich sagen. Und geschaut, okay, wenn ich den und den Skill nutze, dann überlebe ich gegen die Puppe länger oder so. Keine Ahnung. Könnte man sich ja ausprobieren. Gibt es aber leider nicht. Nee, eben. Du kannst ja maximal bei ES alleine rein und dann gucken. Oh, oh, oh. Ja. Welchen Boss hätten sie gerne? Aber sonst ist es keine Möglichkeit. Nee, so richtig nicht. Also, früher hat man das halt dann wirklich meistens halt leider live und in Farbe im Raid ausprobiert und oder halt in einer Vierer-Instanz vorher. Aber so richtig geil lief das nicht. Und man muss ja auch sagen, jetzt gibt es ja diese erweiterten Attribute, Tab. Na, wo du dann angezeigt hast, wie viel Resi hast du gegen Blitz, gegen Feuer, Pipapo. Ähm, das hattest du ja früher nicht. Ach, das ist so ein Wert, da stand. Resistenz gegen physische, Resistenz gegen Magie. Gib ihm. Ähm, okay. Alles klar. Das heißt, du hast dir da auch sowas angeschaut wie Positioning? Also quasi, wie positioniert man Gegner oder gar nicht? Oder machst du das so frei Schnauze? Nö, auf jeden Fall nicht in die Gruppe gucken lassen, ne? Nö, na, das war schon mal richtig geil. Also, das finde ich aber auch schon irgendwo logisch. Meines gesunden Menschenverstand gehört auch auf die, auf die Liste der Grundfähigkeiten. Ja, schon irgendwie. Ja. Ähm, was, was mir dazu einfällt ist, ich weiß nicht, wie schwierig das ist, aber es gibt ja so, so Archetypen an Gegnern, ne? So ein Zweihänder zum Beispiel, der macht meistens irgendeinen Cleave, ne? Oder einen Zweihänder mit Keule und der irgendwie anfängt zu blitzen, der hat auch meistens irgendeinen AOE um sich rum, den man teilweise unterbrechen kann, teilweise nicht. Also, es gibt so bestimmte Gegnerarchetypen. Und was ich mir dann immer so ein bisschen schwierig vorstelle ist, wenn man da als neuer Spieler reinkommt, diese ganzen Archetypen zu lernen. Ist das wirklich so schwer, wie ich mir das vorstelle? Oder sagst du, mhm, geht? Wie meinst du jetzt? Also, es gibt doch diese, es gibt doch so Gegnerarchetypen. Die haben immer ein gewisses Skillset. Also, zum Beispiel der Typ mit einem Zweihänder hat immer das und das Skillset. Der fängt nicht an, seinen Bogen zu ziehen und mit einer Bogenfähigkeit auf sich zu schießen. Das ist richtig. Also. Das ist ja sehr. Ja, immer ein interessanter Bosskampf. Von wegen, ich gucke dich an. Du hast einen Feuerstab in der Hand, jetzt bin ich ein Flammenstab. Uh. Ich glaub, das wär nicht schlecht. Ähm. Äh. Nee, aber du hast jetzt zum Beispiel ein Zweihänder, ne? Da haben wir ein Zweihänder. So. Äh, die machen klassisch so ein, so ein, wie man selber auch hat, so ein Brawler-Cleave nach vorne. Oder halt so eine Heavy-Attack, ne? So ein Uppercut. Ja. Also, so ein Aufwärtsschnitt, auf Deutsch. Ähm. Und dazu gibt's ja unterschiedliche, ähm, also, oder was heißt dazu? Also, diesen Archetyp findest du ja in verschiedenen Variationen. Aber meistens jemand mit einem Zweihänder ist auch meistens ein Hardhitter. Also, jemand, den du definitiv sporten solltest als Tank. Aber das zu lernen, wie, wie, also, hm, vielleicht sind wir auch beide zu fortgeschritten. Aber ist das schwierig, diese ganzen Archetypen zu lernen? Oder bist du dann eher nicht so auf der Seite Archetyp und sagst eher, ne, ich hab mir das irgendwie anders beigebracht? Oder machst du das auch eher intuitiv? Am Anfang hab ich mich eigentlich, äh, auf die Verzierung an der Lebensleiste orientiert. Wenn da irgendwie ein... Okay. ...ne Veredelung, sag ich jetzt mal, da war, dann wusste ich, ja, könnte interessant werden. Da hab ich mich ja orientiert. Okay, und wie machst du das jetzt? Und halt, was, was, was groß ist, das, äh, checken. Groß, Zweihandwaffe in der Hand, hm, ich spot es mal. Ja, aber es ist tatsächlich am Anfang so, glaub ich, ne, dass man das sehr entweder intuitiv macht oder es stirbt halt irgendeiner. Ja, also das ist ja... Und viel geiler ist ja, manchmal sind's Gegner, von denen man gar nicht denkt, dass die schlimm sind. Also, Moonhunter keep zum Beispiel die Wölfe im Trash sind ja auch richtig hart. Und die sehen, sehen nicht so brutal hart aus. Das ist, äh, sehr... Also jetzt nicht die Wehrwölfe, sondern diese kleinen, tatsächlich auch die Ungeponserten sind echt ziemlich risky. Jedenfalls so meine Erfahrung. Okay, cool. Aber ist halt Lernen durch Schmerz, ne? Ist halt beim Tank. Ja. Ja, ich find das auf jeden Fall cool, dass du tatsächlich sagst, ich bin ein Tank-Spieler, der sich außerhalb von ESO informiert hat und mal so geguckt hat, was so geht, ne? Also, was sind so wichtige Fähigkeiten, warum benutzt man das Pipapo? Ähm, das ist schon, schon, äh, spannend. Ich glaub, ähm, findest du, findest du das Angebot, was es da draußen gibt, an sowas ausreichend? Am Anfang schon, ja. Okay, und ab wann wird's dann schwierig? Progress, würd ich sagen. Da hast du eigentlich nur noch englischsprachige... Okay. Also was man so in Progress-Gruppen macht? Ja. Ja, auch, auch, auch so Erklärungen, zum Beispiel für für Raids. Was ist wichtig? Wo, wo soll's man, wo sollte man dodgen? Was sollte man blocken? Muss man überhaupt blocken? Und hast du nicht gesehen. Ah. Das gibt's, find ich, nicht. Vielleicht sollte ich auch... So Raid-Erklärungen für den Tank. Okay. Vielleicht sollte ich mal mit meiner Gruppe einfach durch jeden Raid durchlaufen und dir dann erklären, das Blocken, das halt der Heiler. Ja. Das dodgst du besser. Ja. Den brauchst du nicht spotten. Ja. Ja, das Problem ist, glaub ich, tatsächlich, dass die Informationsflut da extrem hoch wär. Ja. Deswegen gibt's ja diese Spreadsheets. Ich denk, du kennst du auch vielleicht aus der einen oder anderen Gruppe. Ja. Wo dann teilweise auch im Trash gesagt wird, oder wo dann steht, welcher der beiden Tanks, was nimmt im Trash, weil das einfach so viel Information ist, in Anführungszeichen, ähm, dass das in ein Video zu packen oder in eine geschriebene Form, die jetzt außerhalb von so sehr kryptischen, teilweise für andere Leute nicht entzifferbaren Namen und oder Bezeichnungen in so einem Spreadsheet steht, ich glaub, das würde, also A, glaub ich, ist das nicht so spannend. Wobei spannend wär's so von wegen, hm, probieren wir mal aus, ob wir diesen blocken müssen oder Flatsch. Naja, den hätt ich blocken müssen. Naja, danke. Ja. Okay. Okay, spannend, spannend. Und angucken ist halt auch immer wieder was anderes, ne, als selbst machen. Ja, gib ich dir auch recht. Ähm, das ist vielleicht eine gute Frage, weil ich weiß, dass du damit so ein bisschen die Probleme hast, und zwar ist es schwierig, als neuer Tankspieler eine Gruppe zu finden. Also eine Raid-Gruppe jetzt, sag ich mal, auf deinem Niveau. Also du bist ja jetzt nicht im VAA unterwegs, sondern würdest dir ja wahrscheinlich schon mal gerne die Veteranen-Raids auch mit dem einen oder anderen Hard-Mode, also die DLC-Veteranen-Raids mit dem einen oder anderen Hard-Mode anschauen. Und so schätze ich dich auch ein vom Fähigkeitslevel, dass du das schon kannst. Ähm, ist es schwer, so ne Gruppe zu finden? Als Supporter generell, finde ich, ne? Also ich glaube, wenn man sich da wirklich richtig reinkniet und hinterklemmt, dann findet man schon eine Gruppe. Aber die meisten Gruppen, die wollen halt schon einen fertigen Tank, sag ich, beziehungsweise Supporter ist ja halt bei Highland eigentlich nichts anderes. Und wenn man nicht den und den Raid schon irgendwie getankt hat und da dann das erste Mal drin ist, dann sagen sie auch so, ja, nee, dann gucken wir mal weiter. Kann ich, kann ich verstehen tatsächlich. Ja, 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 kann man auch, klar kann man verstehen. Ja, klar kann, es ist scheiße, weil, also ich kann deine Sicht verstehen, weil es ist schlecht, wenn du jetzt mal einen Ersatz Tank brauchst und keiner ist da, dann ist das halt auch doof und es ist halt keiner da, weil du oder ich jetzt zum Beispiel als Raidleiter diese Kulturpflege im Sinne von, ich nehm nur erfahrene Spieler mit, wenn ich halt etwas Bestimmtes machen möchte. Das ist halt das größte Problem, was glaube ich die Raidleiter dort haben. Ist einfach zu sagen, hey, wir machen heute Veteranen Rockrow Hardmodes und ich weiß, der John hat das noch nie gemacht, vielleicht noch nicht mal im Veteran getankt. Na, dann ist das ja wieder so eine doppelte Hürde. So nicht von wegen, okay, einmal im Wett und dann pipapo, hopsasa, ist das easy peasy, weil Veteranen tanken, das trau ich dir in jedem Dungeon zu und Raid tatsächlich, aber Hardmode, da bin ich mir halt auch nicht sicher, kann ich dir das schon zutrauen so, von wegen hast du überhaupt die ganze Setkombination, das ist ja auch noch was, worauf wir später vielleicht, denke ich mal, zu sprechen kommen und, ähm, sag ich mal, das ist ja auch, das ist ja das Schöne, du hast es auch gerade schon wunderschön angeteasert, ist, der Tank ist ja kein Tank, sondern ist Supporter. Das heißt, du, du spielst eigentlich irgendetwas Besonderes wie zum Beispiel eine gewisse, äh, gewisse Support-Set, gewisse Support-Fähigkeiten und so weiter und hast du das überhaupt alles, ne, das ist halt immer so das, das Schwierige. Ja, hast halt, hat, jede Raid-Gruppe hat ja auch einen Anspruch, ne, wenn du wirklich Progress, Hardmode spielst, dann wirst du ja jetzt auch nicht beim ersten Boss Lern-Raid rausmachen im Prinzip, sondern du bist da durch. Ja. Ja, ja, ja. Das ist, das ist echt doof. Das ist halt echt so eine doofe Hürde, ne, dass man, das ist aber, glaube ich, also jedes MMO hat da, oder hat so das, das Problem, dass sie, dass Leute, die Ersatz suchen, halt fähigen Ersatz suchen, in Anführungszeichen, also, oder erfahrenen Ersatz, das ist, glaube ich, die bessere Aussage, ähm, dass man da halt nicht, in Anführungszeichen, einen Abend verschwendet, was doof ist. Also, für, für jetzt neue Spieler auf jeden Fall doof ist. Das, äh, ja. Also, ne, wenn ihr da draußen diese wunderschönen Podcasts habt und einen Tank sucht, dann meldet euch doch beim John. Ähm, er freut sich bestimmt darauf. Ähm, genau. So, du, du hast ja ein paar Fragen aufgeschrieben, ne? Ja. Und die, allein die erste Frage finde ich schon schön, weil du, du hast da geschrieben, was ist der Unterschied zwischen Main und Off-Tank? Weißt du was, ich spiele den Ball zurück, was ist denn für dich der Unterschied? Für mich ist Main-Tank der, der, der am meisten Damage frisst, der an der Gruppe steht, ja, der es aushalten muss, der stehen bleiben muss und der Off-Tank, der nimmt die Ads, schafft die Gruppe zum größten Teil und, ja, guckt, was noch so geht. Ja. Ja. Du hast noch sowas, ey, na, kleiner, was geht's auch mal? Ähm, ja. Öfter hier. Willst du deinen Zweihänder auch immer in die Fresse hauen? Ja, ähm, prinzipiell glaube ich tatsächlich, also ich finde die Definition gut. Ähm, ich glaube früher tatsächlich kam das wirklich davon, Main-Tank ist der, der den Hauptboss nimmt und Off-Tank einfach der, der die Ads macht. Und das hat sich so ein bisschen weitergetragen in den MMOs. In ESO finde ich das tatsächlich, ist das, also kann man das so vor einem Raid fast teilweise gar nicht klar definieren. Weil jede Klasse hat Potenzial, sowohl Main-Tank als auch Off-Tank zu sein. Oder wenn man so möchte, Boss-Tank und Ad-Tank oder, ähm, Boss-Tank und Buff-Bitch. Wie sie auch gerne genannt werden. Ähm, und ich glaube, da ist es dann, dann wiederum, äh, tatsächlich davon abhängig, wer spielt, welchen Charakter, welche Klasse, äh, wo liegt auch vielleicht der Erfahrungswert? Hat derjenige das schon mal gemacht oder nicht? Ähm, und so weiter. Na, also, das ist, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also, ich finde deine Definition schon sehr gut. Würde ich noch irgendwas hinzufügen? Ich glaube tatsächlich, und das haben wir auch im Vorgeschäft schon gesagt, bei Tanks und allgemein bei Supportern, es gibt nicht die eine Lösung. Also, es gibt schon so ein paar Sachen wie, du musst alle 15 Sekunden spotten, weil so lange geht der Sport. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, du musst, keine Ahnung was, immer den und den Skill dabei haben. Oh, keine Ahnung. Weiß nicht. Zum Beispiel den, den, ähm, den, boah, jetzt setze ich mich bestimmt in dieses Fettnäpfchen. Aber zum Beispiel die, die Ignis Weapons, also hier die, ähm, oh Gott, wie heißt der deutsche Skill vom DK? Äh, dieser, dieser Buff, der deine, der den, der den größeren, äh, Magie- und Waffenbuff macht für die Gruppe, äh, irgendwas Arsenal oder so, Flammendes Arsenal, irgendeines Weapons. Irgendjemand wird's in die Kommentare schreiben, ist das jetzt? Egal. Jedenfalls, der zum Beispiel ist, kann kein wichtiger Tank-Skill sein, wenn du den nicht kennst. Äh, Geschmolzenes Arsenal heißt der, glaube ich, kann das sein? Geschmolzenes Arsenal, irgendwie sowas. Ähm, der jedenfalls ist sehr situativ. Na, weil normalerweise buffen sich ja die DDs, und kennst du ja auch, über ihre Tränke mit dem größeren Magie-Kraft-Waffen-Kraft-Buff. Und das nimmt man nur, wenn die DDs halt das nicht mehr machen, weil sie zum Beispiel Ultipods schlocken oder sowas. Ähm, und das ist sehr situativ. Und deswegen gibt's auch auf die meisten Antworten, auf die meisten Fragen, die wir dann wahrscheinlich gleich besprechen, gar kein Ja, Nein. Also, ja. Genau. Gut. Ähm, was hast du denn noch so für eine Frage? Ich will den Ball einfach mal zurück. Geil, ne? Ja, zum Beispiel so Tipps und Tricks, wie man seine Ressourcen wiederbekommt im Kampf. Und dabei nicht verräten. Ja, haha, also wiederbeleben. Wiederbelebt werden ist eine ziemlich beschissene Art und Weise, seine Ressourcen zu räken, weil das ist nicht viel. Ähm, gibt's übrigens jetzt CP dafür, kann ich eben. Ähm, kostet aber ziemlich viele Punkte im roten Baum. Ähm, ist sogar eine passive. Ähm, ne, also zum, wenn du wiederbelebt bist. Ähm, also, jetzt, das ist der erste Moment, wo ich sage, es kommt so ein bisschen drauf an. Also prinzipiell, da wir beide eher DK-Tank spielen, ist man da relativ safe, was Ressourcen angeht. Weil, also, was man meistens macht, ist, man, ähm, also vor allem als DK-Tank. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Tanks auch so gemacht wird oder nicht. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben oder zuschreiben. Aber ich denke mal, es ist sehr, sehr ähnlich. Kommt aber auch so ein bisschen drauf an, weil ich hab bis jetzt nur in einem progressigen Rahmen einen Off-Tank gespielt als Nekro. Und da war ich eher ab 50 Prozent immer Buff und Heil-Bitch. Also das war nicht mehr tanken, was man da gemacht hat. Ähm, ressourcentechnisch, jede Klasse hat irgendeine passive, die euch Stamina oder Magica wiederhergibt. Die solltet ihr natürlich haben. Ähm, beim DK zum Beispiel ist es so, dass wenn ihr das eruptive Schild drückt oder eine... Oh, das ist die nächste. Ich glaube, ich kommt aus dem irrenden Herz, der Skill. Also wenn ihr irgendeine Fähigkeit aus dem irrenden Herz benutzt, dann stellt ihr quasi Stamina wiederher. Das ist sehr praktisch, weil ihr, wenn ihr einen Permablock spielt, und ich würde euch am Anfang nicht empfehlen oder nicht versuchen, dauerhaft den Permablock zu spielen, sondern immer schon mal anfangen zu schauen, wo sind größere Lücken, wo ich das Schild zum Beispiel mal senken kann und eine Heavy-Attack einbauen kann. Also, erstes ist das Passive, wo ihr Ressourcen regeneriert, ähm, dann Heavy-Attacks einbauen, dann Leid-Attacks einbauen. So, das heißt, man, beim DK macht man das so, dass man alles, was man eigentlich so hat, zum Beispiel auf dem Schmuck, Mundus-Stein, eigentlich auf Magica-Reg fokussiert. Das heißt, man spielt dreimal Magica-Glyphe, Magica-Reg-Glyphe, wenn man eine Verzauberungsslop freinimmt, nimmt man da am besten Magica-Absorb und dann noch den Atro nach als Mundus-Stein. Und ich weiß, das klingt hart für alle, die in zweimal Dev-Set mit, keine Ahnung was, Fürst spielen. Braucht ihr nicht. Also, es gibt wirklich sehr, sehr wenige, sehr, sehr wenige hardhittende Bosse, wo ich sage, ihr braucht zwei Defensiv-Sets. Also, gewöhnt euch von Anfang an an, immer ein Support-Set dabei zu haben und im Optimalfall ist euer Defensiv-Set auch so eine Art Support-Set. Das Jolnakrin-Set zum Beispiel ist ein perfektes Beispiel dafür. Es ist sehr defensiv ausgerüstet, weil schwere Rüstung, hat ein paar defensive Sets, aber der letzte ist ein Support-Set. Der Fünfer, wenn du spottest, ich glaube, Minor Courage durch die Gruppe haust. Das ist ein Support-Anteil, das ist eigentlich nichts, was euch stärkt. Das ist was, was die Gruppe stärkt. Und daran solltet ihr, also damit sollte man anfangen als Tank. Und leider, muss ich sagen, gibt es auch so Sets wie Seuchendoktor oder Grüner Pakt, wo einfach nur Leben drauf ist bis zum Moment. Und ja, es ist geil, einen Tank mit 50, 60k Leben zu haben, weil, who cares, ob ich blogge oder nicht. Ja, für den Anfang okay, ne, eigentlich. Ja, für den Anfang, ja, 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 das ist halt das Problem, wenn, auch das nicht, das ist das, das ist so, ich weiß, ich weiß schon, woher das kommt, ne, erstmal auf Sicherheit bauen, erstmal überleben und so weiter, okay. Aber, wenn ihr euch direkt darauf verlasst, dass ihr mehr oder minder nicht auf einem Motorrad durch die Gegend fahrt mit 300, sondern mit einem Simulator mehr oder minder mit 300 durch die Gegend fahrt, weil das ist das. Ihr seid nicht, also ihr seid nicht wirklich wie später in der Situation, dass ihr da mit 34k Leben steht, irgendwie zwar vielleicht sowas wie Resistenzen habt, aber noch nicht mal ab Caps seibt, weil ihr mehr oder minder zwei Support-Sets tragt. Und das ist eigentlich das Spannende, also man versucht, man versucht das halt, ich glaub, die anderen Klassen machen das nicht viel anders, dass sie sehr viel auf Magikarek setzen. Jetzt meine Frage, John, machst du das denn auch so? Ich spiel Agonia. Okay, okay. Auch eine valide Möglichkeit, das hat sich fast vergessen. Ich fand das gut. Erklär mal, warum du Agonia spielst. Wegen der alchemistischen Beschleunigung heißt das, ne, die Glyphil. Die hab ich auf allen Schmuckteilen. Da kann ich pro Glyphil 8 Sekunden schneller einen Trank trinken. Und du als Tank spielst ja eigentlich diese Tree-Pots. Mhm. Und dann noch Agonia, wo du die passive hast. Boah, wie war denn das? Ja, scheißegal, wie die heißt. Auf jeden Fall kriegst du plus den Tree-Pots noch, ich weiß nicht, 2000. Damina Magikare leben wieder. Und du kannst die Tree-Pots mit dieser Verzauberungsflüfe schlucken wie Tic-Tacs. Das heißt, du hast einen sehr hohen Trankverbrauch. Ja, wenn ich nicht weiß, was ich mache, dann ja. Okay, ja. Weil du stehst halt im Dauerblock, wenn du keine Ahnung hast. Ja. Ist ja leider so. Gebe ich dir vollkommen recht. Auf jeden Fall. Ist auch, es ist nicht schlimm, wenn man im Dauerblock steht, ne? Also wirklich, jetzt nicht falsch verstehen. Weil ich mache das auch manchmal, wenn ich sehe, oi, 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 zum Beispiel Heiler ist tot. Das ist immer eine beschissene Situation. Dann definitiv Permablock. Also da fange ich nicht an und denke mir so, oh, ich könnte mal eine Heavy-Attack machen. Weil man weiß ja nie, was von der Seite reinrauscht oder so. Also gibt natürlich Situationen, wo ich auch Permablock in Anführungszeichen, weil du halt entweder so schnell Schaden hintereinander kriegst, weil das es sich einfach nicht lohnt. Oder weil man keinen Heavy-Attack dazwischen kriegt oder weil man so viele Ziele tankt und so weiter. Genau. Okay, also du machst das quasi über den Argonia, über den Schmuck. Kann man auch natürlich so machen, ne? Ich bin halt Nord, weil ich weiß gar nicht, warum. Weil ich hübsch aussehe. Nein, spaßig. Da gibt's auch ein paar Passive, die den Nord ein bisschen besser machen. Im Sinne von, ist es eine tankigere Rasse als jetzt der Wild-Elf. Für Progress ist halt besser, ne? Weiß ich nicht. Und die Ulti-Reck ist doch auch irgendwie, oder war das nicht der Nord? Ich glaub, das war nicht Nord, das war kaiserlich oder so. Das kann auch sein. Aber das Problem ist, mittlerweile EZO ändert so häufig an irgendwelchen Passiven irgendetwas und es sind mittlerweile so viele Passive, ich kann mir das leider nicht mehr merken. Ja. Was, wer, wie, wo, was macht. Und dann hab ich ja noch diese Angewohnheit, auch noch andere Spiele zu spielen und mir im Real-Life noch anderen Shit zu merken. Oh mein Gott. Ja. Das ist ein bisschen, ein bisschen schlimm. Und was ich mal gesagt bekommen habe, ist, dass wenn der Boss die Heavy-Attack gemacht hat, danach die Chance, dass der einen Hit macht, der dich umwälzt, relativ gering ist. Und da kannst du dann die Heavy-Attack machen. Ja. Hast du auch ein guter Tipp? Wie gesagt, das Sinnvollste ist immer, also wir können ja hier viel labern und wir labern ja auch gerne und viel mache ich jedenfalls. Die Sache ist ja die, ihr solltet euch, ihr könnt natürlich euch sowas anhören wie irgendeinen Tank-Talk, Videos anschauen und so weiter. Aber wie du es schon vorhin so schön gesagt hattest, du musst es selber mal machen, um es zu verstehen. Das ist auch der Grund, warum ich damals, auch wenn ich es so ein bisschen bereue, in dieser Donnerstags-Progress-Gruppe, wo wir halt so Trippels machen. Also sowas wie Greifenherz haben wir gemacht. Wir haben Künis-Eggis-Trippel gemacht. Wo ich gesagt habe, ja komm, ich tanke das mal. Wird nicht so wild sein. Und VCR plus 3 direkt zu tanken, ohne jemals VCR plus irgendwas getankt zu haben, war super. Und da war ich dann auch mit dem, wir hatten es vorhin mit dem Stagger, also mit dem Steinriese beim DK. Wo man halt diesen Buff drauf macht, dass DDDs nochmal so ein Quäntchen werden. Das ist so der Moment, wo du ja auch denkst, puh. Aber ja, du hast recht, also man muss es selber ausprobieren. Und prinzipiell, wenn der Heavy-Attack kam, ist meistens wirklich so, dass der Boss irgendetwas macht, was euch entweder nicht über die Wupper schickt, oder ihr halt Zeit habt. Und manchmal habt ihr auch so Situationen, wo der Boss zum Beispiel eine Animation macht, wo er zum Beispiel etwas anfängt zu kanalisieren, aber nicht auf euch, weil es ein Random-Hit ist oder sowas. Und auch das sind super Sachen, um Heavy-Attacks zu machen. Oder Phasenübergänge. Weil manchmal ist der Boss zwar nicht mehr angreifbar, aber die Heavy-Attack hittet ihn trotzdem, und trotzdem kriegt ihr teilweise Ressourcen wieder. Das ist auch sehr situativ. Aber ja, sowas zum Beispiel. Oder man kann es so ein bisschen ausreizen. Zum Beispiel VCR, weil es gerade einfällt, SmartShot, die fängt ja irgendwann an zu casten. Und dann hebt sie ja eigentlich mal so einen Spieler ab, eine gewisse Zeit hoch. Da habt ihr ein gewisses Zeitfensterchen, wo man, wenn man das sieht, sehr gut eine Heavy-Attack vorher machen kann, bevor man ihn interruptet. Genau. Ja, noch ein guter Tipp ist, glaube ich, es gibt beim Froststab diese passive, dass, wenn ihr blockt, Magica verbraucht. Also, ich habe beim DK gelernt, dass es macht keinen Sinn. Also, es ist wirklich sinnvoll, sich zu überlegen, dass man Stamina als rein defensive Ressource sieht, im Optimalfall. Ist natürlich kacke, wenn man sowas wie kraftvoller Ansturm spielen muss, in Anführungszeichen. Wobei das auch möglich ist, über andere Fähigkeiten zu triggern, die dann auf Magica basieren. Ja. So was in der Richtung. Genau. Und ich muss, also ich persönlich, ich habe bis jetzt nur DK und Neko gespielt. Und ich fand den DK relativ einfach, was Ressourcen angeht. Weil zur Not schreist du einfach Ressourcenhorn und drückst dein Horn. So. Und da würde kein Raidleiter sagen, oh. Also, er wird es vielleicht so nach fünf, sechs Mal, wenn du die Schose gebracht hast, fragen, was ist mit deinem Haushalt. Alter. Aber ich glaube, DK ist somit das Einfachste, was Haushalt angeht. Also jedenfalls, wenn man jetzt nicht versucht, alle Uptimes zu pushen, weil irgendwann ist dann halt irgendwas leer und dann schiebt man da wieder Ochs vom Berge. Ja. Gut. Du hast noch eine Frage zum Resi-Cap, ne? Schön. Und braucht man eigentlich so viel? Wir können ja mal raten, wo das Resi-Cap liegt. Also ich sage, es sind momentan 33.000 Resi. Das sind so 50 Prozent Damage Reduction. So ist auch mein Wissensstand. Okay, sehr gut. Kann sein, dass das schon veraltet ist? Wir sagen einfach, wir nehmen das ein Jahr vorher auf, John. Wir kennen uns da zwar noch nicht, aber okay. Und ich bin gerade neu bei E-Sonne. Ja. Braucht man eigentlich so viel? Definiere. Also in welcher Situation? Immer. Immer? Immer nein. Außer Trash. Also ja, obwohl Trash... Oh. Ich wollte gerade sagen, also es gibt manche Raids, also zum Beispiel auch Künes Aegis, die letzte Gruppe vorm Endboss, die ist schon Hardcore. Ja. Also da gibt es eine gute Strategie und die Strategie ist einfach extrem viel DPS dabei haben. Also wir hatten, glaube ich, das Schnellste, was wir da mal hatten, bis auf die Taschenlampe, war fünf oder sechs Sekunden, da war alles tot. Alles. Wirklich. Da haben dann zehn DDs Destro-Ulti geschmissen oder so. Ich glaube, nee, nee, acht DDs, Entschuldigung, acht DDs. Ein Heiler hat die Destro-Ulti gespielt. Ich habe Horn gespielt, jemand hat Barriere gespielt und dann noch ein Necro-Ulti drauf. Und der Rest hat nur Destro gespielt. Neun Destro-Ultis. Das ging so ab. Dann ist das einfach. Aber so prinzipiell, ah, schwierig. Also es gibt halt irgendwann einen Punkt, wo du neben den Passiven eigentlich das nur noch steigern kannst, indem du zum Beispiel die CP mit Rüstung ausrüstest oder ich sag mal, die Item-Trades änderst auf da gibt es auch einen, der mir Rüstung verleiht, ne? Und das ergibt dann keinen Sinn mehr. Also so, ihr solltet so hoch wie möglich kommen und im Optimalfall probiert man das voll gebuft in der Raid-Gruppe mal aus. Und wenn man so um die 30k liegt, ist das vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ich ... Also der DK hat es ja relativ einfach, weil er relativ leicht ans Resi-Cap vom Magica kommt. Äh ... physisch immer so ein bisschen ... Wobei, das ist mittlerweile nicht mehr, das ist nicht mehr getrennt. Oh, jetzt wird's peinlich. Ich sag, das ist nicht mehr getrennt. Was sagst du? Richtig nicht. Ah, uh, John, ich bin vorbereitet. Ei, ei, ah, uh. Nee, ist ja wurscht. Also gab mal eine Zeit, wo das einfach ... Sag ich mal. Ich hab das Gefühl, die haben das geändert. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie das nicht ... Weil es gibt ja nur noch Armor auf den Items, nicht mehr Magica und Stamina. Äh, Magica. Magie und, äh, physische Resistenzen. Aber ich sag mal so, vielleicht. Also, also um die 30k ist gut. Mehr ist völlig unnötig. Weil du meistens dann einen Payoff hast. Sowieso alles, ne? Also du hast ja die, hast ja die Möglichkeiten zum Beispiel auch bei deinen Attributen zu sagen, ich will mehr Leben haben. Aber dann geht das immer zu Kosten von weniger Stamina oder weniger Magica. Ja, oder halt weniger Skill, ne? Also von den Slot-Bahnen. Ja, genau, zum Beispiel. Weniger Skills, ähm, oder, äh, weniger Support für die Gruppe und so weiter. Dann geht das immer mit mehr Leben. Es geht immer mit mehr Leben. Ja, umso mehr Leben, umso mehr Fehler kannst du ja halt auch erlauben, ne? Relativ. Oh, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwann kommt auch der Punkt, wo du sagst, okay, ich kann halt zweimal dodgen und dann war's das. Das ist halt auch kein cooler Punkt, als ich denke, ähm, also so drei, vier Dodge-Rollen konsekutiv solltest du schon machen können. Also nacheinander, auch wenn sie teuer werden. Ähm, aber das ist auch, das ist wieder abhängig. Also, ich sag mal so, um die 30k, Resi ist top. Ist top. Ähm, hatten wir gerade auch schon so, ist mir so eingefallen, Überleben versus Support. Das ist, glaube ich, immer die, äh, diese, diese Misere, in deren Tank steckt. Dazu eine kleine Anekdote. In dieser Progress-Gruppe machen wir momentan God Slayer. Also, Klammer auf, wir sind gerade dabei. Schrägstrich, genauso weit wie PTE in Künis-Elkes mit dem, mit dem No-Death-Run. Klammer zu. Ähm, und da spiel ich bei Locker Steeds in Klammern-Off-Tank. Das Tank kann man fast schon streichen. Also, ich bin eigentlich sowas wie eine Buff-Bitch mit einem Spott, der die Feuer-Athros spottet und ziehen kann. Mehr mach ich da nicht. Und sonst spiel ich nur Support. Ähm, und, da muss ich sagen, ich hab mal Locker gespottet, weil halt Main-Tank tot war. Und das hat echt nicht lange gedauert. Da war ich Matsche. Aber da trage ich auch sowas wie, da trage ich Katalyst und Ansturm zusammen. Die zwei Tank-Sets schlechthin. Ähm, das ist echt Hardcore. Also, da ist nix mehr mit Resistenz. Und deswegen, also, es gibt so Setups, da ist man sehr, sehr, sehr Buffy. Sag ich mal, ne? Ich hab auch so ein Set oder so ein Setup gehabt mal, das war so, da hatte ich dann nochmal 3-4K mehr Leben. Äh, kein Support-Set mehr an, sondern ich glaub, das war sowas wie, ich glaub, Biolle plus Akawiri-Drachengarde oder sowas. Das ist ja ziemlich, also schon auch noch relativ supporty, aber das ist schon eine relativ krasse, sag ich mal, schon eher auf Tank getrimmte Sets. Und, äh, damit hab ich dann besser überlebt in manchen Situationen, aber ihr solltet euch eher angewöhnen, tatsächlich, wie ich's vorhin schon sagte, mehr auf Support-Sets zu schauen oder euch an, ich weiß, es ist schwierig. ich weiß nicht so, als Tank sieht man ja, oh, das ist vielleicht eine gute Frage an dich, John. Hast du eine Zahl im Spiel, wo du sagst, wenn die mehr wird, bin ich ein geilerer Tank? Also, um, ne? Okay. Ja, irgendwie nicht so. Also, ne, das ist vielleicht die Frage, woher das kommt, als DD hat man das total einfach, ne? Ja, klar. Du schaust dir einfach deinen DPS-Wert an und wenn der höher wird, geiler. So, und ich hab mir die ganze Zeit schon überlegt, so auch als Tank, so mal ab und zu, so zwischendurch, so, was ist eigentlich so eine geile Zahl, wo ich sage, ne, wenn die besser wird, ein geilerer Tank. Vielleicht maximal, äh, ohne Heiler zu überleben. Ja. Ja, uneingeschränkt oder nur so mal so 30 Sekunden? Ja, umso höher, umso besser. Du gehst bei, manchmal mach ich das bei VHS rein und dann, echt? Oha. Dann machst du VHS plus zwei? Ja gut, die, die, die sind ja erst mal, die sind ja erst mal nicht da, aber. So lange überlebst du meistens, also überlebe ich zumindest nicht. Okay. Ja. Und was, was, was trainierst du dann da? Für überleben, ne? Ja, aber wie, also du lässt dich einfach vom Boss schlagen und schaust, wie lange du stehst. Okay, spannend. Und halt die Mechanik, die Lenz dann auch trägt. Falls. Michael mit dem Breath oder was? Ja. Ja, also mit dem Atem. Genau. Mit dem Dampfkonus des Todes für die Heiler. Äh, ja, okay. Klar, also klar kann man sowas machen, wenn, also VHS ist auch das Einzige, was mir gerade einfällt, wo man das so entspannt machen kann. Sonst kannst du echt nichts machen, ne? Echt, echt schwierig. Ja. Also ich muss sie jetzt nicht mehr. Okay. Was trägst du denn so an Setz so, wenn du jetzt zum Beispiel in eine Vierer-Indie gehst? Äh, Anstorben und Jollner. Und in Gratis. Hm. Also auch eher wirklich schon so Richtung Support und Endgame-Support. So. Hast du auch so ein Setup, wo du sagst, wenn ich das anziehe, bin ich wirklich der Tank, also unverwundbar. Man kann auf mich schießen, es passiert nichts. Oder hast du es gar nicht mehr so? Oder hattest du das jemals? Ja, hatte ich mal. Was war das? Das war Jollnerkreen. Ne, warte mal. Stimmt gar nicht. Ich lüge. Bataillonsverteidiger. Boah. Lüsenbräuse. Und, boah, das Monster-Set weiß ich gar nicht. Blutbruch. Blutbruch. Wobei, Blutbruch ist auch schon relativ reinbarer. Bataillonsverteidiger. Ganz ehrlich, also ich hab die Sets schon mal gehört, aber ich könnte nicht sagen aus dem Kopf, was die machen. Was machen die Sets denn? Bataillonsverteidiger gibt ja, ich glaub, bei jedem Hit irgendwie 1100 Leben wieder. Also du haltst dich im Prinzip selbst, wenn du geschlagen wirst. Und Wüstenrose ist, bei jedem Hit kriegst du so und so viel Magiker wieder. Ich weiß jetzt nicht den genauen Wert, aber du, du, du läufst nicht leer in Magiker. Und als Dekar, wenn du Out of Spamina bist, dann drückst du halt 15 Mal den eruptiven Schild und bist halt wieder voll. Also das ist so. Das ist echt Brain-Aufgaben. Ja. Geil. Ja, okay. Nicht schlecht. Und dann vielleicht noch sowas wie Steinwara oder so. Irgendwann ist richtig krass. Steinwara war das auch das Monsterset. Okay. Aber wahrscheinlich noch vor dem Steinwara-Nerf. Gar nicht. Ja, witzig. Witzig. Okay. Okay, krass. Also bei VAA Echse tanken, das war für mich früher Horror. VAA. Ach, Echse. Ich hab Echse verstanden und dachte so, hä? Was für ein Schuppentier? Ähm, okay. Ist es jetzt immer noch Horror? Nö, eigentlich nicht. Auch mit Jolle? Ja. VAA? Ja. Auch mit PA-Uptime oder dann die PA-Uptime sporadisch? PA bis in die Gruppe. Ich stehe mal auf dem Stein. VAA geht nicht in die Gruppe. Ich glaub auch nicht, ne? Leider in Deutschland. Das sind, glaub ich, nur zehn Meter. Aber du hast ja keine Zeit, dich umzuziehen, wenn du direkt. Schwierig. Ohne Add-on auf jeden Fall fast unmöglich. Äh, ja. Okay. Was mich noch so interessiert, ich bin ja bekannt für mein volles Inventar. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist. In dem ein oder anderen Stream kam's vielleicht vor, dass mein Inventar mal voll war. In dem ein oder anderen Spiel. Ähm, wie ist das bei dir als Tank? Hast du auch so massive Inventar-Probleme? Das geht eigentlich. Das ist klar, auch so, die Sets, die du wirklich irgendwie immer spielst, also Jolnagreen, PA, äh, was haben wir noch? Ja, Alkosch haben wir ja nicht mehr. Da hast du jetzt Schwur des Kamesin-Dingens oder Kamesin-Schwurs, ich weiß nicht mehr. Ja, irgendwie sowas. So halt die, 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 ich sag jetzt mal, Metasets, die du eigentlich immer spielst, in Gruppen. Ja, okay, also, so, so, oder irgendwie sowas, das, 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 das habe ich ausgelagert oder, was spielst du nicht noch oft? Äh, boah. Schild des Watteschrans zum Beispiel auch aus oder halt so so, ne, Sets, die du nicht oft spielst. Okay, ja, sorry. Die, die Schild des, Schild des, ähm, vom Watteschrans finde ich tatsächlich gar nicht so doof oder so Meisterwaffen. Ist auch manchmal eine Alternative zu einem vollen Zweierset. Wenn man zum Beispiel kraftvoller Ansturm auf der Backbar spielt, kann man sowas unglaublich gut auf der Frontbar dann applizieren. Ja. Ähm, das ist vielleicht tatsächlich noch so ein kleiner Tipp oder Trick, den aber denke ich viele schon kennen. Aber da ist auch mal interessant so ein Utility-Item, wenn man so möchte, auf der Frontbar zu spielen. Was auch richtig geil ist, ist, ähm, Frozen Watcher als Brittle hatte ich nochmal dabei. Dann trage ich noch Elemental Catalyst mit mir rum. Und noch irgendwas. Wurm habe ich, glaube ich, auch immer dabei. Was auch dumm ist, das war schon länger nicht mehr angehoben. Aber ähm, alle rasten aus, alle rasten aus. Ähm, ja, genau. Ähm, jetzt hast du noch geschrieben, und das musst du mir so ein bisschen erklären, welche Buffs sind für den Tank wichtig? Was meinst du jetzt damit? Welche man sich selber gibt oder so Gruppenbuffs? Gruppenbuffs, ja. Okay. Also der, der allerwichtigste ist natürlich Major Resolve. Also der, der quasi dir den größeren Rüstungsbuff gibt. Ähm, im Optimalfall hat man tatsächlich in der Gruppe, und da spreche ich jetzt von PvE Endgame-Gruppen, ähm, äh, von Raid-Gruppen auch, also zwölf Mann-Gruppen, einen, äh, Hüter dabei, der das bufft. Warum? Ein Spieler, alle Spieler haben's. Also man, man verschwendet nur einen Slot auf dem Spieler und alle Spieler haben's. Wenn man jetzt zwei Tanks dabei hat, wären das zwei Slots auf zwei Tanks, ist doof. Ähm, geht natürlich nur dann, wenn die Gruppe immer zusammenbleibt. Ähm, also wenn du zum Beispiel VCR hast und ein Tank muss runter, geht das schon nicht mehr. Das heißt, der Tank muss auch einen Major Resolve-Buff mitnehmen. Ähm, gibt sehr viele Klassen, die den selber haben. Der DK zum Beispiel, die Rüstung. Man kann das aber auch über die Magier-Gilde spielen. Ich glaub, Gleichgewicht heißt das Skill, Equilibrium. auch wieder so in die Nesseln setzen. Ähm, äh, genau, das ist natürlich der wichtigste Buff, ne, das ist ja logisch. Ähm, und dann kommt wieder meine Lieblingsantwort bei den ganzen Fragen, kommt drauf an. Ähm, kleinere Rüstungs-Buff wäre natürlich auch schön, denn es gibt zum Beispiel, oh Gott, das Kampfgebet müsste den, glaub ich, geben, Minor Resolve. Ähm, ja, das ist dann tatsächlich so ein bisschen situationsabhängig. Ähm, tatsächlich braucht der Tank selber gar nicht so viele Buffs. Der Tank selber vergibt eher mehr Buffs oder spielt mehr Buffs für die Gruppe, als dass man selber sich groß bufft. Was natürlich immer aktiv sein sollte, ist, ähm, sowas wie Crusher, das hast du ja schon erwähnt, das ist eher so ein Debuff auf dem Gegner. Ähm, also quasi die Waffenverzauberung auf der Backbar. Das kann auch zum Beispiel mal eine Frostglübe oder Blitzglübe sein, wenn ihr sowas wie Katalysator spielt. Das ist jetzt ein Tankset, was kein Tankset ist, sondern ein, hm, wir bräuchten eigentlich diesen Buff noch irgendwie im Raid, wer hat was frei? Ah, der Tank. Ähm, ja, es ist überhaupt, das hat nichts mehr mit Tanken zu tun, wenn du das trägst. Das ist auch tatsächlich sehr, nicht schwer zu sustainen, wenn du nur das spielst und auch nicht so schwer zu applizieren. Äh, kommt so ein bisschen drauf an, manche Klassen können es leichter, manche schwerer, der DK kann das relativ gut, weil er guten Flammen dort hat, geht theoretisch auch mit der Scalding Rune, glaube ich. auch ganz vertretbar, das heißt, es geht auch eigentlich mit jeder anderen Klasse auch, ich glaube, die Nightblade tut sich da sehr schwer. Oh. Oder halt einfach zermahlen, der Schlag ausrüsten und dann... Ja, du musst ihn aber dauerspammen. Dauerspammen? Hält er nicht ein paar Sekunden? Ja, ja, drei oder fünf oder so. Also du müsstest quasi kraftvoller Ansturm, die aufbauen, die Stacks, dann kannst du umswitchen auf die andere Bar, ein, zwei Skills machen, mehr nicht, wieder zurückswitchen, ist nicht so hilfreich. Und auf Schwertschild kannst du den Crushing Shock leider nicht benutzen. Wäre sehr, sehr schön. Nee, ist tatsächlich doof. Aber wenn du zum Beispiel Doppelfroststab spielst oder so was oder Frostblitzstab, dann kannst du es natürlich spielen. Könntest du es natürlich spielen. Musst du natürlich auch sustainen können, weil meistens ist man ja immer noch in der Situation, okay, man hat in einem anderen Bosskampf tatsächlich eine Tankfunktion, also man muss viel aushalten. Das heißt, man kann nicht währenddessen sagen, Moment, ich switch kurz alle Attribute um, ändere meine ganzen Skills dahingehend, dass die so gemopft sind, dass ich die Idee bin und ab geht der, Peter. Also, das wäre schön, aber leider nicht möglich. Genau, jetzt überlege ich noch, ich habe bestimmt irgendeinen, okay, natürlich die größeren Rackbuffs sollten immer aktiv sein. Macht man, wie du es schon vorhin schön sagtest, über den sogenannten Tripod. Das heißt, das ist ein Trank, der sowohl Leben, Magica als auch Ausdauer wiederherstellt und gleichzeitig euch natürlich den größeren Rackbuff für diese Ressource gibt. Sollte immer aktiv sein. Geht auch ganz gut, wenn man im Alchemie die Passive geskillt hat, dass die Tränke knapp, ich glaube, 45 Sekunden halten oder 46 oder 47,2 oder sowas und der Cooldown ist normalerweise 45 Sekunden, außer man ist Argonia mit dreimal die Schmuckverzauberung. Du hast keine Sustain-Probleme, ne? Was das? Warum nur? Blüpp. Genau. Was sind, fällt dir vielleicht noch ein Buff ein, wo du sagst jetzt so, Jakob, du bist so ein Leleck, hast du vergessen? Nö. Nö. Also ich, das ist jetzt auch nix. Also wenn ihr natürlich irgendwie so eine Set, einen Set-Buff habt, das zählt natürlich auch dazu, den aufrecht zu erhalten, weil ihr tragt jetzt zum Beispiel PA nicht einfach nur so aus Spaß. Ich habe Freude. Genau. Nö. Aber sonst fällt mir dazu, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel ein. Ich glaube, über Set-Kombinationen haben wir soweit auch schon gesprochen oder hast du da, hast du da noch irgendwie Redebedarf? Nö, eigentlich auch nicht. Außer, es gibt irgendwie so eine Set-Kombi, die komplett oh, heiß. Was heißt oh, overall? Nee, bescheuert. Also. Ja, sowas wie Julianos mit Hunricksorn zusammen macht überhaupt gar keinen Sinn. Also. Wenn ihr sowas habt wie mehr Crit oder mehr Crit-Schaden. Nee. Nein. Außer es ist halt irgendwie ein lustiges Set, wie dann, was dann die Gruppe bufft. Also, was dann nochmal einen Nebeneffekt hat. Also, ihr solltet euch schon tatsächlich auf, wenn es geht, wie gesagt, Katalysator, könnt ihr euch durchlesen, das hat nichts mit Tanken zu tun. Powerful Assault ist jetzt, also kraftvoller Ansturm ist, glaube ich, auch nicht mehr so, was die, Boni angeht, so richtig tankfreundlich. Ja gut, aber dann, ja, hast du wenigstens ein bisschen Nutzen, ne? Als Tank. Ja. Heilung. Ja, 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 ja. Wenn du mit Elan spielst auch. Es gibt einige Spiele, das mit Magica Deto zum Beispiel auch. Ja, ja, weil dann der, die Magica Deto genau dann explodierst, wenn du den Skill danach wieder drücken musst. Ja. Dann hast du nochmal so ein, vielleicht so ein Tipp und Trick, dann hast du dann nochmal so ein Plopp, dass ihr dann sagt, ah, so, PA. Ähm, genau. Boah, gibt's irgendwelche Set-Kombis? Nee, eigentlich nicht. Also klar, natürlich, so reine Damage-Sets, wenn sie jetzt keinen Grundnutzer haben, aber das zieht sich keine Ahnung und denkt sich, hey, geil, Critsche an. Auch zum Beispiel irgendwas, wo draufsteht, Crit-Damage-Reduction auf euch ist totaler Bullshit, weil im PvE gibt es keine Crits. Wobei, das fände ich tatsächlich lustig, wenn ich jetzt mal so einen Ultramodus gäbe, wo du dann tatsächlich einen Buff applizieren musst, der den Crit-Schaden auf dem Tank reduziert, weil die Gegner kritten können. Boah, das wäre richtig hart. So ein 150%-Hit vom Manticore oder so, weil der auch nicht mehr so hart zuschlägt. Was hätten wir da noch so im Angebot? Die haut ihn so richtig hart zu, physisch. VK gibt's auch Jandir. Ich glaub, Jandir haut ziemlich gut zu. Hauen doch da alle gut zu, oder? VK? Ich mein, ich bin's noch nicht auf Hartmut gelaufen, aber ... Also ich sag mal so, es gibt Momente, da haut der Boss so hart zu, dass du dodgen musst. Ja. Das ist die komplette Endphase, ab 35%. Wenn's dritter runtergeht im Hartmut ist ... Wobei mittlerweile mit wappnender Anker und Wache überlebst du das geblockt. Aber das habt ihr nicht von mir. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, aber der kluge Mann im Radio hat gesagt, ich kann das blocken. Ja, ja, das kann man blocken, aber das habt ihr nicht von mir. Also es geht, ich glaub, ich hatte da so immer so um die 43k Leben und ich bin dann immer so auf 2.000, 3.000 runtergetroppt. Da freut sich der Heiler. Da freut sich nicht nur der Heiler, stell dir mal vor, dein Leben-Bike macht einfach Flop. Und die Light-Attacks dort sind auch nicht so witzig. Also da muss man echt viel blocken und dodgen bei Ventus. Also ungeblockte Light-Attack ist tot, ungeblockte Heavy-Attack sowieso, nicht gedodgte Heavy-Attackern auch tot. Also stell dir einfach so einen 10-Minuten-Kampf vor. Wenn du eine Gruppe hat, die noch nicht so firm ist, eher so einen 15-20-Minuten-Kampf. Und die letzten drei bis fünf Minuten machst du sehr häufig eine Dodge-Rolle und wenn du die verkackst, ist der Kampf vorbei. Aber wirklich vorbei. Weil du kannst den Tank nur noch in seltenen Fällen retten, bevor nicht der Boss komplett die Gruppe wegmarodiert. Das ist ein ganz geringer Druck auf den Tank. Aber ganz gering. Ganz gering. Ganz gering. Ja gut, hast du eigentlich immer, oder? Äh, nee. jetzt war vielleicht nicht so krass, aber meistens ist ja Tank tot, Gruppe tot. Ja, das schon. Aber viel geiler ist, wenn du da mit null Toten ankommst und du willst da einen Notets-Runch haben. Ja. Äh, ist doch noch ein Rund. Wirst du dann mittwochs merken, wenn wir dann unsere lustige Vierergruppe machen und wir dann bei einem Endboss ankommen und ein Tank stirbt. äh, äh, ja, genau. Ähm, ja, so Monster, also wie gesagt, ist jetzt nicht so Monster-Sets technisch, muss man sagen, dass der Tank momentan nicht so viel tragen kann, was Gruppensupport bietet. Man kann sowas tragen, was ein bisschen Selfie ist, so wie Erdbluter, Pollkönig, auch ein Steinwahrer ist jetzt nicht die schlechteste Variante, Blutput ist noch ganz gut wegen Ultireck, ähm, aber man hat jetzt nichts, wo man sagt, das ist so Best-in-Slot. Ähm, also sowas wie Chudan zum Beispiel braucht ihr nicht anziehen. Das ist zum Beispiel ein Crab-Monster-Set, was ihr, ich weiß, es bringt Resi, nein, tut's, tut's, nein, also es lohnt sich einfach nicht. Da ist dann zum Beispiel ein Erdbluter sinnvoller oder ein, ähm, oder ein Blutbrut. Wie gesagt, Blutbrut ist tatsächlich was, wenn ihr eine, eine Ultirelevante Klasse spielt, also zum Beispiel, äh, Nekro und viel, äh, Ulti-Pushen wollt, kann man Blutbrut anziehen, wenn man den Platz hat, im Sinne von, man muss nichts anderes tragen, weil man irgendwie mehr Heilung braucht, auf dem Tank. Na, man hat da zwar über dieses Leichenaussaugen einen extrem starken Ulti-Buff, das ist mir klar, aber das wäre nochmal so ein bisschen mehr. Äh, Lady Dawn gibt's dann noch, das macht, glaube ich, auch Ultireg, äh, spiel ich aber nicht selten, eigentlich gar nicht. Aber es gibt tatsächlich Off-Tanks und Raid-Situationen, wo das gut ist. Ähm, Gruppenset-technisch kann man sich das überlegen. Genau, oder halt dann, ne, was dann überhaupt kein Z-Tank-Set mehr, es ist ein gratis B-Word. Das ist dann halt, das ist dann das, wo ich sage, das ist das Einzige, was momentan Gruppensupport bietet, ne, nämlich wenn man das anhat und dann ein Feuerskill macht, dann hat man halt die Möglichkeit, so ein großes Leuchterkreis-Ding um sich rumzukriegen, yay. Und wenn der Gegner drinsteht, kriegt er 5% mehr Flammenschaden. Und alle Verbündeten in dem Kreis kriegen 5% weniger Flammenschaden. Und das ist ganz cool. Ja. Wo das auch schon oft knapp ist, ne, finde ich. Was meinst du jetzt mit knapp? Ja, also die Range, je nach Boss. Ja, die Hitbox muss drin sein. Ja. Das ist vielleicht auch noch ein gutes Thema, ein sehr, sehr gutes Thema, ist Hitboxen. Wie findest du das? Wie finde ich das? Wie findest du so die, 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 toll, oh, Hitboxen. Es ist was zum Schlagen und es ist eine Box. Ja, geil. Ähm, nee. Wie findest du so das Verhältnis in ESO-Hitbox zu grafischen Ausdehnung des Bosses? Noch keine Gedanken gemacht, haben wir. Okay. Hast du schon mal VSS getankt? Ja. bis auf den letzten. Okay. Aber das ist ja, also wenn man, diese Drachen haben eine extrem hohe Hitbox, Also quasi, man steht nicht wirklich dran am Boss, aber kann ihn spotten. Und mit nicht wirklich dran, das sind gefühlt 50 Meter, also nicht so viel, sind vielleicht so sieben oder acht. Aber im Vergleich zu normalen Mobs, wo die Hitbox halt ungefähr so groß ist, wie das Ding um den, um das Charaktermodell des Bosses herum, ist super. Ähm, ist also sonst normalerweise relativ klein. VHS, warst du da schon mal drin? So als DD, ja. Als DD. Fandest du die Hitbox toll von Olms? Tap Target. Geil ist, also, das ist so ein Bug, ne, aus, ich weiß nicht, ob du da schon eh so gespielt hast. Aber es gab mal so ein Problem, dass die Hitbox von Olms teilweise größer war als der Raum. Also ich habe das Gefühl, du hast es teilweise echt mit Tap Target noch nicht mehr hingekriegt. Das war echt schlimm. Also wirklich, wirklich schlimm. Ähm, weil du dich teilweise ja auch, und das wissen viele Spieler, glaube ich nicht, wenn du dich umdrehst und die Hitbox des Ziels, was hinter dir ist, noch in deiner Kamera ist, kannst du Schaden auf den machen. Und das passiert halt auch, wenn die Hitbox fucking groß ist. Oder größer am Erdminder als die Kampffläche, dass die Leute sich umgedreht haben, versucht irgendwas zu damagen und die Damage-Skills gehen immer noch auf Olms drauf. Obwohl das schon immun war. Mega witzig. Ähm, ja. Ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden, aber ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste, was Hitbox angeht. Ähm, und was so ein bisschen auch in Richtung Hitbox geht, was wir am Anfang so ein bisschen geskippt haben, ist dieses Positioning. Ihr solltet euch als Tank am Anfang auch Gedanken machen darüber. Oder ich finde, dass es auch immer noch mit das Schwerste am Tanken ist, wenn man mehrere Ziele tankt, also so zwei, drei, vier, fünf Stück, die so ordentlich zu positionieren, dass keiner in die Gruppe guckt. Ja. Das geht teilweise nicht und das ist auch... Sie haben ja auch oft ein Eigenleben, ne? Das ist eine harte Untertreibung. Ja, wie du es schon sagtest, also die tänzeln dann so rum und tänzeln auch gerne mal um dich rum, tänzeln auch mal gerne um sich selber rum, drücken sich, schieben sich und sonstiges. Und das ist A, meistens davon tatsächlich abhängig, ob ihr gerade Agro habt. Manchmal aber auch nicht. Also ESO geht da ganz spannende Wege. Ähm, ja, das ist noch so das das Schlimmste. Ja, ähm, so, haben wir noch die letzte Kategorie, wo alle Konsolenspieler hey, nein, Spaß. Ähm, was für Addons benutzt du denn? Ja, hätte ich mir das mal aufgeschrieben, Oder... Ja, so ungefähr. Ja, oder Flex, äh, also die gängigen Raid-Notifier-Dinger. Ja. Okay, Codes-Combates-Alert? Ja, auch. Äh, und Tank-spezifisch jetzt? Untaunted. Aha, was macht das? Vielleicht für alle, die es nicht kennen? Die zeigen dir an, wie lange du noch die Agro von dem und dem Ob hast. Oder Boss. Eine ganz coole Funktion ist von Untaunted auch noch, wenn ihr das Ziel anschaut, dann erscheint da immer ein goldener Rahmen und ein Balken. Und das Coole daran ist, dass wenn ihr sowas habt wie einen, wie einen Boss-Split, also der Boss splittet sich zum Beispiel auf in drei Abbilder, dann ist es meistens so, wenn der Spott noch läuft und ihr schaut den ehemaligen Boss an, dass der dann gold leuchtet. Also der, der, der Rahmen, äh, gold umleuchtet ist. Hilft zum Beispiel in Tiefen von Malata, wo dieser Nali-Noor oder wie der heißt, sich, äh, splittet, also der, der vorletzte Boss oder, äh, Endboss von Rockgrove, also Felsheim. Sehr praktisch. Hm. Ähm, was hast du noch so drauf? Tanktechnisch so, Untaunted, was noch? Oder warst du schon? Die, 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 die Add-ons, die mir Cooldons von Support-Sets anzeigen. Okay. Ach so. Wenn ich PA wieder aktivieren muss oder hast du nicht gesehen. Okay. Okay. Ja, ja, ist auch so das Typische. Also ich glaub, wirklich so rein spezifisches Tank-Ding ist wirklich nur Untaunted und dann vielleicht noch sowas für einen Synergie-Timer. Ich weiß nicht, ob du sowas drauf hast. Alkos spielst du jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr so häufig. Ähm, ich spiel zum Beispiel Alkos noch häufiger in der Gruppe tatsächlich, weil es leichter zu triggern ist. Im Sinne von, ich triggere es nicht aus Versehen. Weil Kamesinschuhe, klar kannst du das, kannst du das triggern, aber du kannst es ja auch zum Beispiel am Ende einer Thresh-Mob-Gruppe triggern, ne? Und dann hast du halt diese 12 Sekunden Cooldown. Und wenn du dann so einen Speedrun machst, hast du keine 12 Sekunden. Ja, das ist dann eher schwieriger. Ja, und Hodor, ne? Hodor, ja, zum Ulti-Sharen. Genau. Okay. Ja, zeigt dir auch an, wie lang dir der Buff noch da ist, ne? Hm, genau. Wenn du den nächsten Horn aktivieren sollst, raus kannst. Das zeigt dir das auch, glaube ich, wunderschön im Bildschirm an. Ja. Das ist immer sehr toll. War Horn jetzt. Oder Kriegshorn jetzt. Oder jetzt. Der kann es aber einstellen. Ich weiß, dass ich das nicht... Ne, was der sagt. Bei mir sagt er, hau raus. Kann ich auch sagen, Penis, Penis, Penis? Kannst du auch. Sehr schön. Nicht schlecht. Ja, cool. Ja. War nicht schlecht. Ich glaube so, prinzipiell, Add-on-technisch, habe ich da, glaube ich, kaum was zu ergänzen. Ich glaube gar nichts sogar. Ich habe den PA. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Powerful Assault Tracker oder sowas. Ich habe so ein Massending. Das ist eigentlich für Heiler, aber damit kannst du auch gut die anderen Sets. Okay. Hab ich jetzt mal, wie der heißt. Wie heißt der denn, John? Ich weiß nicht. Du hast doch gesagt, das ist doch die Frage. Ich glaube, Odi Hybridil. Ah, könnte sein, ja. Ja, ich glaube auch. Okay. Irgendwie sowas. Irgendwas mit Odi. Ah. Ja, könnte sein, dass er von Odi kommt. Also, da gibt es ja Odi Support-Icon, glaube ich, Ja. Wahrscheinlich der gleiche, ne? Wir sagen einfach mal ja. Ja. Zum Beispiel würde sich niemand korrigieren. Okay, ja, sehr schön. Hast du, ist jetzt während unseres Gesprächs noch irgendeine Frage eingefallen, wo du sagst, die will ich steilern? Nö. Okay. Meinst du, es wird nochmal einen Tank-Talk geben? Ja, ist immer halt schwierig, wie du schon sagst, ist immer, ja, kann man machen, kann man aber auch lassen. Also, ihr könnt es ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben oder Feedback geben, ne? Also, wenn euch das interessiert, wie John und ich zum Beispiel über VAA sprechen und das H-Client mal auseinandernehmen von Gruppe zu Gruppe, können wir gerne machen oder wir fangen mit DLCs in den Sanzen an, können wir das gerne mal machen, dass wir die Step-by-Step durchgehen und dann vielleicht auch die Bosse nach und nach besprechen. Also, ich würde es gerne tatsächlich in so einem Podcast-Format halten, weil ich glaube, dass es ein bisschen spannender ist, das dann durchzusprechen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es sehr eintönig wird. Ja, Trash-Gruppe 35, ein Tank nimmt das und das, andere nimmt das und das. Ja, aber ich finde, das hat am Anfang gefehlt. Ja, ich weiß schon. Also, so Angebote, so Lern-Rates, aber da musst du halt auch den richtigen Raid-Lead haben, weil oft hast du da auch so Konsorten, die sagen, ja, hier, tank das, 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 und die Damage-Zahlen, die sind manchmal absurd hoch. Mechanik, bekommst du da null mit, weil alles irgendwie in drei Sekunden liegt, weil die ganzen Lern-Rates halt auf normal sind. Nee, das macht keinen Sinn. Ja. Lern-Rate auf normal, das kann man mal machen, für Leute, die noch nie einen Raid gemacht haben oder noch nie einen Raid gesehen haben, im Sinne von, okay, das ist jetzt das erste Mal zwölf Mann Content, kann man klar einen Normal-Rate machen. Aber wenn du Mechanik lernen willst, dann braucht man tatsächlich so eine Veteranen-Rate-Gruppe, die gerade anfängt mit DLC-Rates. Ah, wo du, keine Ahnung was. ist normal eigentlich gar nicht so schlecht. Findest du? Ja. Um Mechaniken zu lernen auch? Ja, auch, wo die, wo das Zeug spawnt, wo die rauskommen. Ja, okay. Crash-Gruppen und so zum Beispiel, wo man sich am besten platziert und so, also zum Lernen finde ich normal, okay. Ja. Wenn du jetzt nicht so viel, übermäßig viel Schaden machst, dann kriegst du auch Mechaniken mit. Ja, ich weiß schon, was du meinst. prinzipiell, ja, ich glaub, das kommt dann auch so ein bisschen auf die Gruppe mal an. Wenn man, glaub ich, so anstrebt, mal Wett-Rates, auch DLC-Rates zu laufen, dann kann man das, glaub ich, direkt in Wett machen. Weil, klar ist es sinnvoll zu lernen, okay, wo spawnt was. Ist es aber auch besser für den Tank zu merken, okay, wie stark haut was zu. Ja, das stimmt. Und das ist halt im Normal leider nicht so richtig gegeben. Das ist ein bisschen doof. Das ist richtig. Z-Fahren kommen. Aber zum Beispiel V-Moll, V-Moll kannst du super auf Normal machen, finde ich. Also zum Mechaniken lernen. Ja. Da ist ja wirklich Mechanik schon wichtig. Da steht die Mechanik auf jeden Fall im Vordergrund. Ja. Auch bei, vor allem bei Gruppen, wie du schon sagtest, die wenig Schaden haben, ist Mechanik, das ist ja auch das, sag ich mal, etwas Problematische, was Leon und ich auch schon häufiger mal diskutiert haben, ist zu viel DPS eigentlich der Tod von ESO. Weil du kannst jede Mechanik skippen, wenn du genug Schaden dabei hast, in Anführungszeichen. Manche gehen natürlich nicht, aber der Bosskampf wird um ein Vielfaches leichter, wenn du viel mehr Schaden dabei hast. Ja. Und dann lernst du natürlich als Tank auch nichts. Ja, stimmt. Obwohl du als Tank schon viel Schaden relativ brauchst, je nach Content. Zum Beispiel, wenn mal allein Verbannungszellen zwei war das, wo du die Idee draus da. Wenn du da DDS hast, die wirklich 2K DPS fahren, dann kackst du ab als Tank. Also jeder, der mal Multitarget tanken lernen möchte, mit Daedrots, die ein ziemlich assiges Skillset haben mittlerweile. Geht da mal rein mit drei Heilern. Wirklich einfach nur und die sollen dann auch Schaden fahren, am besten in ihrem Heilergier. Und am besten Leute, die keine Ahnung haben, was Schaden bedeutet. Also so richtig krasse, wirklich so richtig Leute, ich hab geheilt seit Stunde 1. Die nimmst du mal mit. Und die wirklich keine Ahnung haben, was Schaden macht bei ihrer Klasse. Die nimmst du mal mit. Und dann lernt man so richtig, wie Ressourcen wegschwinden. Ja. Aber da lernt man auch, was man blocken muss und was nicht. Das ist auch eine gute Frage, ne? Ist der Tank immer schuld? Ui, ui. Ich glaube, das Thema heben wir uns für die nächste Folge auf. Ich würde ganz kurz und nein. Natürlich nicht. Ja, nee, ist auch eine gute Sache. Also ich glaube, wir können uns das echt mal vornehmen, weil ich hätte echt mal Bock drauf und schauen, wie das ankommt, wenn man so eine Art Audio-Tank-Guide macht. Vielleicht können wir uns auch überlegen, tatsächlich nimmt man das mal auf und macht dann so eine Art React. Weißt du? Dass wir beide uns das Video gleichzeitig angucken und dann halt jeder die Möglichkeit hat, zu stoppen und zu fragen und so weiter. Das könnten wir auch zum Beispiel bei einem relativ einfach bei einem VKR-Run machen, weil da würde ich einfach die Seth fragen, ob wir das Video benutzen dürfen, was sie hochgeladen hat von unserem, ich glaube, das ist öffentlich. Ich würde sie trotzdem fragen und dann können wir da einfach drauf reacten und einfach sagen, hier, da haben wir das und das gemacht. Ich würde es mir auch vorher nochmal angucken, ob das, sage ich mal, aussagekräftig genug ist und wenn nicht, müssen wir halt mal ein paar Leute zusammentrommeln und V-Moll laufen oder halt irgendwas, was reicht auch VHA von mir aus, aber VHA ist eigentlich Finger im Pro-Mexico als Tank. Also wirklich, da brauchst du ja auch mittlerweile nur noch einen, selbst im Hard-Mode. Der kommt aber auch wieder auf die Damage-Zahl an. Wenn du beim End-Boss echt wenig Damage hast, dann brauchst du zwei Tanks. Ja. Ich kriege der Axt-Dinker schon falls echt. Auch da lernt man Multi-Target-Tank. Und auch da lernst du, was musst du bloggen, was nicht. Weil zum Beispiel musst du da nur die Heavy-Tanks bloggen. Der Rest ist ja. Ab einer gewissen Zahl ist auch das nicht mehr ein Buch, aber so bis vier Stück brauchst du nur Heavy-Tanks bloggen. Gut, aber manchmal hauen die ja dann auch ab. Ja, musst du halt spotten. Ja, ja. Wofür hast du denn antortet? Wenn da nicht vier Äxte drinstehen, hast du was falsch gemacht. Ja, toll. Axt 1, Axt 2, Axt 3, welche musst du jetzt eintorten? Oh ja. Das Schöne ist ja, tatsächlich dank dieser Hitboxen rotieren die ja auch zum Glück nicht umeinander. Nee. Nee. Die siehst du auch immer so gut, finde ich. Die sind eigentlich klar sichtbar. Ja, ja. Dieses hauchzarte Lila. Ja. Und dann fliegt da mal eine Kugel an dir vorbei und denkst dir, ja schön, wo sind die? Oder ein Heiler ist so nett und schmeißt dir einen Speer zu. Das Geile ist ja, es gibt ja so eine Art Soft-Torn, ne? Ja. Also wenn keiner Schaden macht zum Beispiel darauf, ist es fast unmöglich für dich, das zu verlieren, die Aggro. Wenn der aber jetzt Heiler auf einmal eine Speer-Schäme reinschmeißt, ist das ganze Konzept vorbei. Obwohl, die haben das auch irgendwie jetzt bei irgendeinem Patch haben die das da auch irgendwie verändert, diese Soft-Torn. Wir haben den Soft-Torn aus der Kette rausgenommen, ähm, aber, also du hast den Soft-Torn immer noch, zum Beispiel auch, wenn der Taunt ausläuft, bis du einen CC-Effekt abkriegst, soweit ich mich erinnere. Es kann auch sein, wie gesagt, ich denk eigentlich nur donnerstags abends, von jetzt mittlerweile drei Stunden lang. Ähm, deswegen kann sein, dass das auch da geändert hat und mir ist noch nicht aufgefallen. Weil ich eh meistens nur tot rumliege, ne, ist klar. Ähm, ja. Also kann gut sein, keine Ahnung. Gut. Ich hab's auch noch nicht mitbekommen, aber irgendwas haben, wie das verändert. Ja. Also schreibt's uns gerne in die Kommentare oder schreibt John im Spiel an. Äh, ja, genau. Ähm, ja. Wir wären jetzt am Ende, John. Möchtest du noch etwas pluggen? Bei dir ist er unglaublich. Okay, krass, schade. Hätte ja sein können. Folgt ihn auf Instagram oder Twitter. Benutzt du was überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Nein. Instagram? Nein. Facebook? Nein. Folgt ihm auf, in ESO. Ich hab WhatsApp. Oh Gott, ja, kommt in die WhatsApp-Gruppe. Die besten ESO-Tanks. Wuhu. Ähm, das war eigentlich geile Werbung. Egal. Gut, dann, ich hoffe, du hattest sehr viel Spaß, John. Immer. Mit dir. Immer. Oh, Hallchen. Wollen wir jetzt noch ein FSK-18-Teil machen? Ähm, ja, gut, dann, liebe Leute da draußen, das war's mit der, der ersten, äh, Runde, Folge Tank Talk. Ich denk, wir schauen einfach mal, wie so die Resonanz ist und wenn nicht, machen wir es trotzdem, weil mir macht das Spaß und, ähm, wenn es den einen oder anderen hilft, da draußen mal die Instanzen durchzugehen und zu sagen, das ist wichtig, bei der und der Trashmob-Probe zu beachten, dann machen wir das natürlich gerne immer zu den einzelnen Rates beantworten und ich glaub, der John, dem macht das auch ganz viel Spaß. Du hast ja eh schon verkackt, eigentlich dafür, dass du gefordert hast, dass wir das machen. So. Du bist dumm gelaufen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.